Hey Leute, in diesem Video erfährst du erstmal, wie man eigentlich so einen FI-LS-Schalter anschließt und somit natürlich auch eine Fehlerstrom-LS-Schalter-Kombination bzw. auch einen RCBO-2-Polig richtig verdrahten kann. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. In einem extra Video habe ich schon mal diesen Unterverteiler mit einem einfachen FI-Schalter und auch ein paar LS-Schalter angeschlossen. Und hier habe ich jetzt aber noch eine Stromleitung, welche zu meinem Kühlschrank geht und die möchte ich einfach nochmal extra mit so einem FI-LS-Schalter absichern. Hat einfach den Sinn, dass wenn im schlimmsten Fall zum Beispiel in meiner Küche eine Steckdose oder auch ein Gerät Probleme macht, der FI-Schalter hier auslöst, dann möchte ich natürlich trotzdem, dass mein Kühlschrank hier weiterhin Strom hat und auch weiterhin kühlen kann. Bevor wir aber irgendwie beginnen, sollten wir bitte unbedingt die 5 Sicherheitsregeln für Strom beachten. Doch hier sind natürlich spezielle Videos an dieser Stelle auf jeden Fall sinnvoller. Wenn dann alles zu 100% spannungsfrei ist, dann können wir auch schon mal unsere Kombination hier richtig auf der Hutschiene anbringen. Hier einfach von oben einmal etwas schräg einhaken und wir können das Ganze auch schon nach unten ganz einfach dagegen klipsen. Vereinfacht gesagt haben wir hier oben unsere Ausgangsseite, welche einfach zwei Klemmen beinhaltet. Und hier unten ist unsere Eingangsseite, wo unsere Zuleitung reinkommt. Hier auf der linken Seite, da kommt in meinem Fall der Außenleiter L1 drauf. Je nach Belastung kannst du natürlich auch L2 bzw. L3 anschließen und rechts daneben, da haben wir noch unseren Anschluss für die Neutralleiter. Da ich hier oben bei meiner Hauptleitungsabzweiklemme noch drei Klemmen habe, werde ich auch meinen braunen L1 und meinen blauen Neutralleiter von hier oben einmal nach unten führen. Wichtig ist, da hier zu oben zwei Schrauben sind, sollte man das Ganze bitte auf 18 mm abisolieren und auch solche langen Aderendhülsen verwenden, dass die beiden Schrauben auch ordentlich anpacken. Hier unten, da können wir dann mit gutem Gewissen diese 12 mm, die kurzen Aderendhülsen verwenden. Und falls du übrigens keine freien Klemmen mehr hier hast, dann könntest du jetzt zum Beispiel auch hier oben von dem FI-Schalter noch mit so einer Twin-Aderendhülse dir das Ganze nach unten weiterbrücken. Wichtig ist aber wirklich, dass wir hier oben bei der Eingangsseite vom FI-Schalter das Ganze abzweigen und nicht von hier unten, da wenn wir das Ganze von hier unten nehmen würden, natürlich auch beide FI-Schalter immer auslösen, was natürlich nicht Sinn der Sache ist. Ich isoliere meinen Leiter also mal auf 18 mm ab, gebe die lange Aderendhülse von vorne einmal ganz drauf. Grimpel sehen wir über die Länge gesehen, zweimal, dass natürlich auch die ganze Länge ordentlich verbunden ist. Und kann die Leitung hier oben auch schon festdrehen. Die kleinen Klemmen sind übrigens mit 2 Nm und die großen Klemme mit 2,5 Nm festzuziehen. Danach hier unten auf die gewünschte Länge kürzen, auf 12 mm abisolieren, die kurzen 12 mm Aderendhülse draufkrimpen und bei diesem Hersteller mit 2,8 Nm festdrehen. Bei unserem Neutralleiter bin ich jetzt eigentlich genauso vorgegangen und falls jetzt übrigens noch mehrere solche RCBOs nebeneinander setzen möchtest, dann könnten wir auch uns so eine spezielle Phasenschiene einmal zulegen, wo die Belegung einfach etwas anders ist. Das bedeutet, da hätten wir dann L1N, L2N, L3N und es geht wieder bei L1N weiter, sodass die Last natürlich auch schön verteilt wird. Und somit haben wir dann auch schon unsere Eingangsseite richtig angeschlossen, weswegen es jetzt hier oben bei der Ausgangsseite mit unserer Leitung für den Kühlschrank weitergeht. Hier vermanteln wir uns diese erstmal auf die gewünschte Länge ab. Und wichtig ist, dass man hier wirklich lieber zu lange als das Ganze zu kurz lassen sollte. Ziehe mir die Leitung mal an der gewünschten Position in meine Unterverteilung rein und es ist auch wichtig, dass wir oben zum Beispiel eine Beschriftung wie Kühlschrank EG anbringen. Kürze jetzt erstmal meinen grün-gelben Schutzleiter auf, die gewünschte Länge für diese Sammelschiene oben. Isoliere sie mir auf 12 mm ab und klemme meinen grün-gelben Schutzleiter von unten einmal richtig an. Den blauen Neutralleiter und den braunen Außenleiter gebe ich mal durch diese Halterung hier hinten durch. Kann mir das Ganze auch schon schön rüberbiegen und dann bei der Stelle, wo ich danach natürlich auch diesen Leiter anklemme, biege ich mir das Ganze immer recht gerne noch um 90 Grad nach vorne und kann es auch wieder auf die gewünschte Länge kürzen. Auch hier wieder auf 12 mm abisolieren, links den braunen Außenleiter und rechts den blauen Neutralleiter hineingeben und wieder mit 2,8 Nm unsere Klemmen festdrehen. Und somit haben wir unseren RCBO auch schon unten an der Eingangsseite und vor allem auch oben an der Ausgangsseite richtig angeschlossen und natürlich könntest du auch diese Leiter jetzt nicht auf der linken Seite, sondern auch direkt auf der rechten Seite verlegen, dass wir für einen besseren Überblick einfach die obere Hutschiene auf der linken Seite und die untere Hutschiene auf der rechten Seite haben. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens Werkzeuge wie zum Beispiel so eine Grimmzange, einen Abmantler oder auch eine Abisolierzange zulegen möchtest oder natürlich auch solche verschiedenen F-I-L-S-Schalter, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.